Statt dass die Hälfte der Menschen 8 Stunden am Tag arbeitet und die andere Hälfte überhaupt nicht und die gegeneinander ausgespielt werden, sollte die gesellschaftlich notwendige Arbeit auf allen, die dazu fähig sind, körperlich und geistig, sollte gerecht verteilt werden. Dass dann alle 4 Stunden am Tag arbeiten, dann werden die Besitzenden, die Unternehmer und Unternehmerinnen werden dann sagen, ja okay, ihr könnt 4 Stunden am Tag arbeiten, aber dann geben wir euch halt nur die Hälfte des Geldes. Nee, nicht mit uns, ja. Das Geld, was dafür notwendig ist, wird von den Gewinnen abgeschöpft, sodass der ganze Reichtum mal anders verteilt wird. Dann sieht die ganze Sache anders aus, dann arbeitet jeder 4 Stunden am Tag, dann müssen diejenigen, die Arbeit haben, nicht neigisch sein auf diejenigen, die keine Arbeit haben, ja, und sagen, ja, die faulenzen ja bloß und dann können wir gemeinsam eine neue Gesellschaft aufbauen. Jetzt machen wir ein bisschen Sound, davor wirklich noch einen Text an Capella, der so ein bisschen davon handelt, dass die Menschen zusammenkommen sollten und sich die Öffentlichkeit wieder zurück erobern sollten. Ja. Wenn ihr es noch nicht wusstet, dann merkt ihr es jetzt. Wir verstecken uns nicht, sorgen für leer mit dem Text, denn wir bringen hier dicken Bass in die Boxen, anstatt, auch wenn die unfassbar geschockten Nachbarn am Mord sind, die Polizei holen. Sei es so, wir halten die Mikes hoch. Stille heißt Freitod, doch wir wollen zum Demonstrieren kommen. Es ist so, bleibt so, die Stadt gehört uns, anstatt uns einzureinen, es leise sein, machen wir Kunst. Wer hat die Straßen gebaut, wer hat die Häuser errichtet, von wem werden Straßen benutzt, wer hat hier Träume vernichtet? Leute, wie du und ich schuftet für die, die es hat, das sagt, weil Geld die Macht zu schlag, weil Soldaten. So arbeitet nur damit der Chef immer leicht Gewinn einstreicht, das hier steht uns zu, wir sind hier keine Minderheit. Machen Stress wie Klingelstreich, doch das hier ist ernst, für wem bleibt Sicherheit verdammt? Unsere Taschen sind leer, wer hat das Gewehr? Wer schaltet uns gern aus? Verdammt, ich werde laut, damit die Massen uns hören. Ich passe nicht gern in ein Raster des Standards, nein, ich will, dass wir uns wehren gegen Panzer und Stadtrat. Und wenn der Apparat von dem Acht hat, dann Angst hat, was macht wir dann? Ey, yo, dann rappen wir in Anblatt. Wir sind hier mit Deutsch, lass uns sein, wir bereiten, wir sind ein, wir schneiden. So, wo ihr seid, wir sind am Rappen und wir senden es weit. Sie bilden Kette, doch sie kesseln uns ein. Wir sind nur Menschen, die hier Kräfte vereinen. Who's streets? Our streets, pennt mal nicht ein. Yo, wir sind am Rappen und wir senden es weit. Wir bilden Kette, doch sie kesseln uns ein. Wir sind nur Menschen, die hier kesseln uns ein. Das ist ein Bidlauf, mein Freund. Ja, 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 ja. Das ist ein Bidlauf, mein Freund. Ja.